Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier gerade am Esstisch, gucken unserer guten Melody dabei zu, wie sie ihr Sandwich isst. Und ich denke, in dieser Folge wird es auch soweit sein, dass wir erfahren, ob sie ihren Vorsatz abgeschlossen hat oder nicht, weil er ist gar nicht da. Okay, der Vorsatz... Warum ist das jetzt weg? Frage ich mich. Ist das schon... Hm, das verwirrt mich jetzt. Also ich meine, ja, es sind jetzt sieben Tage um und so, aber... Aber wir haben auf jeden Fall keine Info bekommen. Das heißt, es hat wohl nicht gegolten, aber es hat auch keinen Negativpunkt. Aber wir wissen, dass es halt, ähm, ne, und so. Deswegen suchen wir uns jetzt unseren Typen einfach wieder. Ich weiß schon nicht mal, wen wir hatten. War das nicht, äh... Hier Lemuel? Hat der Kinder? Nein. Das heißt, der Typ ist das. Gut, Lemuel, den laden wir dann, ähm... Hier, wir können ja um Verabredung bitten. Das ist, denke ich, am einfachsten für uns alle. Das hier kommt weg. La, 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 la. Okay, woher gehen wir hin? Wir müssen auch eigentlich mal wieder irgendwann mal umziehen oder so. Also habe ich zumindest Lust drauf. Habt ihr da auch Lust drauf? Also, und wenn, schreibt mir mal, in welche Stadt wir ziehen sollen. Weil, also ich finde alle eigentlich cool. Ehrlich gesagt. Also in Windenburg haben wir ja schon gewohnt. Und jetzt in Samajuno halt. Jetzt seid die Frage, wann ziehen wir um? Und in welche Stadt? Und was ich euch auch noch fragen wollte, bevor wir jetzt hier unser, unser Date haben. Ich wollte demnächst mal wieder Mittwoch was anderes bringen als an die Uni. Das heißt, an die Uni wird an den anderen Tag kommen irgendwie in der Woche. Weil das ist jetzt ja nicht so beliebt. Aber ich möchte es ja durchziehen. Deswegen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt da mal rein. Vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Auch wenn euch an die Uni an sich nicht interessiert. Aber es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Und, ähm, ja. Ich möchte nächsten Mittwoch, ich versuche nächsten Mittwoch, ähm, entweder Sims 3 zu bringen. Oder eine Cast Challenge. Und ich mache jetzt hier eine Umfrage und frage euch, was ihr halt eher sehen möchtet am nächsten Mittwoch. Und dann, äh, mache ich das für euch. Ich glaube, ich spezialisiere sogar eine bestimmte Cast Challenge. Ich weiß noch nicht was, aber ich lasse euch was einfallen. Und das seht ihr dann ja einfach in der Umfrage. Stimmt auf jeden Fall ab. Und dann das, was gewinnt. Das kommt dann nächsten Mittwoch. So, wir betören ihn natürlich erstmal. Das ist immer sehr, sehr wichtig. So, und dann, äh, Hände küssen und so. Halt ein bisschen. Ne? Kennt man ja. Ist nicht hier das mit dem Wasserfall? Ich glaube nicht, oder? Oh, sonst hätte man halt hier direkt, äh, Dinge tun können. Aber, wer sagt denn, dass man nicht einfach Dinge hier hinzufügen kann, mit denen man Dinge tun kann? Zwinker, zwinker. So, ich meine so ein Whirlpool. Das geht doch auch, oder? So, dann kann man die hier ja auch eher so hier so. Vielleicht so ein bisschen so ans Feuer. Ja, nein. Schön. Und dieser Dings kommt dann dahin. Und das kommt dann da drunter. Weil das schöner aussieht. Jetzt ist die Frage, können wir das schon... Oh, ich kann das schon machen. Okay, let's go. Ähm, let's go, sage ich. Und nein, er redet mit sich selber. Das heißt, er ist, äh, hier ein Spinner. Oder, nee, nicht Spinner heißt das, sondern... Hier kann ich eingeben, dass ich ein B mit ihm machen kann. Aber, wenn ich mit ihm rede, nicht excuse me, dann müssen wir halt noch mehr hier aufreizend posieren und sowas. Anmachspruch. Bei uns passt auf jeden Fall noch ein Kind rein. Also, darum hat es jetzt... Also, das ist nicht das Ding. Ich weiß aber nicht, wieso wir jetzt kein Kind machen können. I mean, dude... Da, jetzt kann ich es anklicken. Vielleicht klappt es jetzt, ja. Okay, let's go. Oh nein, er hat Pikachu-Slipper an. Sehr sexy auf jeden Fall. Ist hier ein Klo? Das wäre jetzt halt gut, ähm, weil ich würde gerne einen Schwangerschaftstest direkt machen. Äh, da kann ich keinen Schwangerschaftstest machen. Ach, da muss ich halt ein Klo anbauen. Kein Problem. Keine Ahnung, ob die da jetzt einfach drauf kommen. Ich habe noch nicht mal ein Klo platziert. Ich behinderte, ey. Aber scheinbar kann man da einfach hochkletten. Nee, kann man nicht. Hä? Aber ich kann diese Leute ja nicht platzieren. Okay, man kann doch mal Treppen platzieren. Alles klar. Wieso lagt mein Spiel jetzt eigentlich so krass? Ich habe nichts getan. So, jetzt mache ich einen Schwangerschaftstest, verdammt. Oh yes. Dann kann sie das ja auch beenden. So, eine Belohnung haben wir verdient. Dann geh nach Hause. Yay, sie ist noch in ihrem Badanzug. Das ist eine coole Sache. Oh ja. Ähm, brauchen die hier noch irgendwie Fähigkeiten oder so? Sie hat das. Hat sie ihre Hassaufgaben denn gemacht? Yo. Brav auf jeden Fall. Sie braucht keine Fähigkeit mehr. Da steht Level 3. Warum hat sie das hier nicht erfüllt? Excuse me? Sie hat eine Fähigkeit auf Level 3. Dumm einfach nur. Hat sie denn ihre Hassaufgaben gemacht schon? Ja. Bei ihr. Achso, sie hat ja keine Hassaufgaben. Gut. Ähm, bei ihm hat er auch. Er hat auch schon seine Hassaufgaben gemacht. Hat sie ihre Hassaufgaben schon gemacht? Nein. Also zumindest die Zusatzaufgaben noch nicht. Wie sieht es bei ihr aus? Ihr geht es gut. Und sie ist gerade dabei, denken zu lernen. Dann kann sie doch formen. Und dann kann sie, ähm, läuft das Radio? Nein. Aber sie kann auf jeden Fall ihre Bewegung lernen. Denn dann ist sie auch schon durch. Easy einfach. Ich habe meine Kinder gerade vollkommen unter Kontrolle. So, da ist schon Level 3. Easy. Ich finde, man sieht ihr diesmal gar nicht an, dass sie schon schwanger ist. Weil normalerweise kriegen die ja direkt einen Bauch. Aber bei ihr ist es irgendwie nicht so. Kann auch daran liegen, dass sie jetzt ja sowieso sehr viel schlanker ist und so. Aber, ah, es verwirrt mich. Yay, Level 3. Easy. So, und dann hilf deiner Tochter mal, die Kerzen auszublasen. Denn sie hat alle Fähigkeiten Level 3. Das heißt, sie kann gealtert werden. Dann ist sie auch schon ein Gefühl, Kind. Sie werden alle so schnell erwachsen. Die süße Maus. So. Sie ist gemein. Na toll. Und mental. Und da kommen jetzt die... Nein, nein. Da kommen jetzt direkt Geburtstagskerzen drauf. Geschenke. Da freue ich mich drauf. Oh, oh mein Gott. Das waren viele Geschenke. Und ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal direkt in den Create-SIM. Mit dem Cast-Punkt-Full-Nein-Edit-Mode. Yay. Aber sie sieht eigentlich schon so ganz süß aus. Let's go. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal direkt in die Reihe. Sie wird natürlich auch direkt ihre Fähigkeiten hier machen. Sie war mental, ne? Ja. Dann wird sie selbstverständlich auch die mentalen Hassaufgaben lösen. Yay! Ein weiteres Bild. Cause money is all we need right now. Bye. Dann wollten wir immer noch hier weiterarbeiten, ne? Wollten wir nicht so ein Spielzeug haben? Das hier? Genau, das haben wir. Okay, was machen wir jetzt damit? Welche Farbe nehmen wir? Blau-Grün ist eine gute Farbe. Die nehmen wir. Sie hat gerade das Geld ausgegeben. Achso, ich wollte gerade sagen, sie kann das nicht fortsetzen. Aber wegen dem Regen kann sie das wahrscheinlich gerade nicht machen. Na, deswegen lassen wir es. Regen ist immer eine doofe Sache in die Sims. Wir haben ja noch was geschenkt bekommen vom Dingens. Wir haben noch ganz viele Sachen. Lol. Nimmt man auf jeden Fall. Wandgemäde, blühende Schönheit. Brauche ich nicht. Das wollten wir behalten, glaube ich. Das verkaufen wir und das verkaufen wir auch. Yay. Money. Yay, sie ist schon Level 3 Mentalfähigkeit. Das ist gut. Dann fehlt dir nur noch ein Level und dann geht's los. Die müssten doch mit dem Patch bestimmt auch die Duschen gefixt haben, oder? Am besten, ich gucke das mal eben nach. Ja, das ist genau der erste Punkt, der hier sogar genannt wird. Das ist supi. Aber ich habe leider noch kein Tiny Living, Tiny House. Das heißt in Deutsch, glaube ich. Das ist sehr, sehr schade, aber... Naja, passiert, ne? Ich gucke mal gerade, was es hier noch so neu gibt. Wurde auf jeden Fall ein bisschen was gefixt. Nice. So, jetzt ist die Frage. Wir haben keine Mädchenbetten mehr frei, ne? Hier schläft gerade keiner. Dann, nein, nicht einsprühen. Wir haben hier eh keine Monster. Das habe ich ausgestellt. Wozu nutze ich MCC? Ne? Aber sie wird dort auf jeden Fall schlafen gehen. Das ist jetzt ihr Bett. Und er wird auch auf jeden Fall... War das nicht sein mit? Ja. Dann kann er auch schlafen gehen, damit die Zeit schneller vorbeigeht. Damit wir noch mehr erreichen in diesem Part. Oh, yes. Alle stehen auf. Das ist supi dupi. Er muss dringend mal jemanden wieder aufsaugen. Oh, das können wir verkaufen. Cool. Nehme ich. Das Geld brauche ich. Und du bist der Verkäufer. Das ist immer auch ein bisschen buggy, wenn ich den aussaugen will. Deswegen hoffe ich, dass hier irgendwo noch weitere NPCs sind. Hier ist jemand. Wir versuchen mal, den auszusaugen. Versuche ich ihn auszusaugen, habe ich gesagt. Nein. Ich setze ihn mal zurück. Und ich setze ihn mal zurück. Und dann versuchen wir das jetzt nochmal. Ein guter Tag startet anscheinend so. Hm. Oh. Sie scheint aber nicht so happy zu sein. Hm. Jo, es ist Schule und sie geht nackt zur Schule. Cool. Das passiert schon mal, oder? So, und sie versucht sich jetzt wieder an dem Ding. Wir können uns übrigens mal beim Arbeitsamt registrieren. Weil ich will nicht, dass da immer steht, dass wir keinen Job haben. Weil ich finde, Mutter sein von so vielen Kindern ist schon ein Job. So, ich finde, das ist eine schöne Definition von dem, was sie hier so macht. Yay. Okay, was kann man jetzt damit machen? Spiel mal mit dem. Ich will das sehen. Oh, es ist also wie eine Drohne eigentlich, oder? Also fast. Außer, dass sie das jetzt selber steuert. Aber Post und 6700 Schulden. Naja, aber die können wir noch gerade so begleichen. Post finde ich aber auch so Pidupi. Das ist ein Kätzchen. OMG. Okay, es kam ein gutes Geräusch. Schulprojekte, Einsatzschülerin. Schulprojekte, Einsatzschüler. Jawohl, aber es gibt Schulprojekte. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und da es gutes Wetter ist, kann ich die ganzen Sachen noch wieder draußen hinstellen. Yas. So, das Ding ist, sie ist, glaube ich, nicht Einsatzschülerin geworden. Aber die beiden hier sind Einsatzschüler. Dann gibt die Hausaufgaben ihr. Weil die braucht sie dann ja. So, und dann holen wir uns. Mit dem Kuchen. Und dann können wir zwei Kinder entlassen. Cool. Sich etwas wünschen. Of course. Hier, ne. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Meine liebe Rachel. Sie ist Perfektionistin. Dann gibt es das Kerzen noch drauf. Und unser Vampir kann dann auch endlich weg. Was natürlich auch teilweise manchmal ein bisschen nervig war, dass er ein Vampir ist. Aber passiert. Dann wünschen wir auch Leo alles Gute zum Geburtstag. Es ist sehr traurig, dass Olivia immer noch da ist, weil sie eigentlich schon hätte lange weg sein müssen. Aber jetzt hat sie wieder Hausaufgaben und jetzt wird das auch schneller gehen, hoffe ich. So, er ist düster. Naja, das sehe ich aber auch ehrlich gesagt bei ihm. Oh lol. So, und du kommst jetzt aus der Familie raus. Und du auch. Jetzt sind wir nur noch zu fünft. Erstmal. Aber wir kriegen ja schon bald unser nächstes Kind. Jetzt mittlerweile sieht man ihren Bauch auch. Ja. Ähm. Ist das gerade ihr Ernst? Ist das dein Ernst? Können wir mal kurz... Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber wir können mit dem Sensenmann über Greckis reden. In dem Fall. Ich raste aus. Warum sterben alle meine Kinder? Ich raste aus, Alter. Das kann es doch immer nicht sein. Dieses Spiel ist manchmal ein bisschen kacke. Kann der Sensenmann jetzt kommen so? Wie wäre es? Wo ist der Sensenmann überhaupt? Rede mit ihm. Hör auf zu trauern. Rede mit ihm. Ach, jetzt hat er die sich hier schon geschwungen. Na toll. Aber hey. Dann... Sensenmann. Hallo? Excuse me. Kann das so? Ähm. Hey. Wir stellen uns natürlich fröhlich vor. Hallo. Sie sind der Sensenmann. Wir haben uns schon öfter gesehen hier, ne? Ähm. Meine drei Kinder von mir... Also, drei Kinder von mir sind einfach schon gestorben. Und wir reden jetzt über Grillkäse. Dieses... Das wäre ein gutes Thumbnail. Und ich werde das als Thumbnail nehmen. Weil es einfach nicht direkt sagt, was ist... Was passiert. Aber es deutet darauf hin, dass Dinge schon wieder passiert sind. Aber naja. Was hatten wir denn jetzt gehabt? Ne? Das mit, ähm... Mit dem Zeichnen, glaube ich, ne? Das hier? Hatten wir das nicht? Ja. Ich glaube schon. Ich raste sowas von aus, ey. Das können es doch einmal nicht sein. Ja. Kommst du auch zu den anderen? Colin, Ivan und Rachel. Das erste Mädchen, das gestorben ist. Wie viele Kinder werden uns noch wegsterben in diesem Let's Play? Man weiß es nicht. Ich würde sagen... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und... Tschüss. 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 Tschüss.